Monatelang stand der Verkehr in der Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf baubedingt still. Das kam bei vielen nicht gut an, dass nun wieder der Verkehr rollt, aber offenbar auch nicht bei allen. Auf Druck vieler Bürger wollte die grüne-linke Fraktion deswegen nun die großen LKWs über 7,5 Tonnen hier verbannen. Doch bei der stadtforderten Versammlung zeichnete sich schnell ab, dass es dafür keine Mehrheit geben würde. Dazu würde ich heute beauftragt, Ihnen das Angebot gemacht, dass wir diesen Antrag fortschreiben. Bis nach der Sommerpause, dazu würden wir als Ortsbeirat auch einen Aufschlag machen. Dahingehend, dass der Fokus mehr auf der Erarbeitung eines LKW-Leitsystems liegt. Wir müssen uns gemeinsam vermutlich auch mit den Nachbargemeinden Gedanken darüber machen, wie wir Schwerverkehre hier in der Region leiten wollen. Und daraus ableiten dann Maßnahmen, die im Zweifel auch den Verkehr in Ruhlsdorf und insbesondere den Schwerlastverkehr in Ruhlsdorf beruhigen und damit auch die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Nur auf die LKWs zu gucken und diese zu verbannen, macht keinen Sinn. Das funktioniert auch nicht. Wir haben Quellverkehre, wir haben Zielverkehre und es ist absurd zu glauben, dass wir die LKWs wegbekommen. Also es kann auch im Mittelzentrum nicht die Aufgabe sein. Dass man aber das Ganze in ein System packt, das ist da das, was Herr Schmelz gerade ansprach, das ist nach meinem Dafürhalten auch die Perspektive, die auch politisch flankiert werden soll und die dann hoffentlich auch zu einem gut abgestimmten Ziel führt. Ich würde mir schon wünschen, also parallel, unabhängig davon, was dann im Ortsbeirat passiert, unabhängig davon, was LKW-Verkehre machen, dass wir das Tempo-30-Schild deutlich vorziehen, mindestens an die Starnsdorfer Straße ran, dass wir von dort aus Tempo-30 haben und dann langsamer durchfahren, das macht den Weg auch sicherer. Ich glaube, das kriegen wir absehbarer Zeit auch hin. Da hast du völlig recht. Also das steht nicht glücklich platziert mit der Einsicht dort. Und dass wir das machen und das halte ich eher für so ein Geschäft der laufenden Verwaltung, das sollten wir hinbekommen, dass man die Situation optimiert. Das LKW-Führungskonzept ist ja jetzt eigentlich schon ein lange Bestandteil mehrerer gängiger Planungen in der Stadt. Also Lärmaktionsplan, Insek und, und, und. Und bis jetzt ist es ja leider noch nicht umgesetzt worden. Es wird seine Gründe gehabt haben. Mich würde an der Stelle wirklich mal interessieren, wenn der Wille der Verwaltung da ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, wann könnte man denn frühestens mit der Entwicklung eines solchen Konzeptes anfangen? Wer jetzt zuerst einen Beschluss für sein Areal erwirkt, dass da kein LKW langfährt, der belastet dann andere, die jetzt, und möchte ich nicht wissen, was in diesem Jahr noch für Beschlüsse kommen, weil dann wird es eng. Also dann kommen die Nächsten aus der Potsdamer Straße, die wollen das auch nicht und in der Malua und so weiter und so fort. Also das sollte, da sollte doch ein Fachplaner dann frei sein, ohne Gedankenverbote. Der Antrag, Frau Ries, bringt da einen Vorschlag, nämlich den Verkehr über die aus unserer Sicht dafür vorgesehene L77 neu zu führen und nicht anderen Wohngegenden zuzuordnen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt so egoistisch sind, zu sagen, naja, wenn der Verkehr in Rothsdorf raus ist, dann woanders und nach mir die Sintflut. Das ist ja nicht der Plan. Ich wage jetzt die Prognose, bis ein solches Konzept vollständig, fertig vorliegt, vergehen etwa zwei Jahre. Warum? Zunächst muss eruiert werden, wer möchte von wo nach wo. Das heißt, fahren die LKW jetzt mal speziell Ruhlsdorf betrachtet, fahren die alle durch die Stadt durch, verlassen über die Lichterfelder Allee die Stadt in Richtung Berlin oder biegen sie alle bei Pflanzenkölle ab, laden ab und fahren wieder nach Hause. Diejenigen, die bei Pflanzenkölle abbiegen, die werden wir nicht aus der Teltower Straße rausbekommen. Denn ich glaube nicht, dass es ihr Wunsch und Ziel ist, dass die über den Ruhlsdorfer Platz fahren. Kann ich mir nicht vorstellen. Ausgehend von diesem Wissen kann ich für die Stadt Teltow ein Konzept, eines LKW-Führungskonzeptes erarbeiten. Dieses gilt es dann natürlich auch überregional, mindestens aber regional zu betrachten. Denn ich muss dem LKW ja die Chance geben, zu seinem Ziel zu kommen. Ich kann nicht nur sagen, bei mir nicht. Denn alle, wie wir hier sitzen, sind wir auf Lieferungen angewiesen. Und wenn Sie morgen Milch brauchen und Ihnen sagt der Händler, Entschuldigung, der LKW darf diesen Monat nicht mehr kommen. Ich glaube, das soll nicht das Ziel sein. Niemand will hier irgendjemand die Milch wegnehmen. Wir haben in diesem Antrag ganz klar formuliert, Anliegerverkehr natürlich schon. Und wenn zur Rewe die Milch kommen muss, dann wird es ja auch zum Rewe kommen. Und ich begrüße auch den Vorschlag, wenn man ein LKW-Leitkonzept macht. Das ist die Frage, warum es nicht schon längst da ist. Und auch die Aussicht für die Bürger, jetzt zwei Jahre zu warten, dann schließe ich doch daraus, es passiert zwei Jahre gar nichts. Ich habe mit einem Mitglied Ihrer Fraktion nach dem letzten Ausschuss versucht zu klären, wie Ihre Fraktion den Begriff Anliegerverkehr definiert. Nach dessen Aussage ist Pflanzenköhle nicht mehr Anlieger. Rewe liegt noch weiter Richtung Stadt. Man hat natürlich jetzt ein erhebliches Mehrgefühl durch diese Öffnung, weil ja zwischendurch die Ruhe war. Aber zu dem, wie es vorher war und wie es jetzt ist nach der Widerwirkung, habe ich nicht den Eindruck, dass da viel mehr Verkehr durchfließt. Das Gefühl, dass es jetzt ganz viel ist, ist glaube ich da, weil man eben diese lange Ruhe hatte. Und ich finde es auch, wie gesagt, ungerecht, dass anderen gegenüber Isarstraße oder andere Straßen, die dann, man muss das zusammen betrachten und nicht eine einzelne Straße. Also den Antrag, so würden wir ablehnen. Für ein Lkw-Leitsystem aufzustellen, halte ich für völlig übertrieben. Ich denke, wir brauchen wenige Regeln. Die müssen wir mal durchsetzen und dann kann das auch funktionieren. Das heißt, eine davon wäre dann eben, dass man Durchgangsverkehr, also Lkw-Verkehr, der Durchgangsverkehr, dass man den auf irgendeine Art und Weise eben nicht zulässt, schlichtweg verbietet und das auch ahndet gegebenenfalls, das muss nicht sein. Und das ist das, wovor die meisten Leute Angst haben. Den lokalen Verkehr müssen wir zulassen, aber den Durchgangsverkehr nicht unbedingt. Wir brauchen eigentlich die 30 zwingend und nicht nur an dieser Stelle, wo die Schüler über die Straße gehen, sondern wir brauchen das eigentlich auf der gesamten Strecke, weil es dadurch auch wieder unattraktiv wird für den Durchgangsverkehr. Ja, weil der will ja schnell sein. Ich möchte auch sagen, dass ich in den Fachausschüssen eine Alternative aufgezeigt habe, zum Beispiel, dass man das miteinander verflechten könnte, das Lkw-Führungskonzept und ihren Antrag, in dem man sagt, das zukünftige Lkw-Führungskonzept soll erstmal ganz objektiv verarbeitet werden. In dem Zusammenhang, der Prozess wird angeschoben, ja auch in unserer Variante. Also wenn Sie jetzt sich so darstellen, als wollten Sie jetzt mal was für die Bürger schaffen, haben Sie wahrscheinlich mit meiner Variante mehr geschafft, als wenn Sie jetzt Ihre Sache durchziehen. Ich denke, dass die Situation nicht nur ein Verkehr-Lkw-Leitkonzept in Ruhlsdorf sein müsste, da sind viele Straßen, auch die Staatsdorchstraße heißt die, glaube ich, die dann zum Turm führt und so. Da muss meiner Meinung nach nicht nur in Ruhlsdorf dort unten, auch überall in Telophil gemacht werden. Also der Verkehrsplaner wird viel zu tun haben in den Wochen und auch dort unten in Ruhlsdorf in der Ecke einiges. Auch wenn diese Drucksache 73 hier von Ihnen heute zerredet wird. Wir reden drüber. Wir reden drüber. Und ich freue mich wirklich nach dem Sommer, Herr Schmelz, dass aus Ruhlsdorf denn vielleicht ein Antrag oder von Ihrer Fraktion ein Antrag kommt, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Darauf freue ich mich wirklich, weil den hätte ich dann vielleicht schon vor zwei Monaten erwartet. Wie gesagt, die Anwohnerin zählen die Bude ein jedes Mal. Und immer mit den gleichen Problemen. Und wir müssen mal ein Problem lösen. Deswegen finde ich auch gut, dass wir heute darüber diskutieren. Das ist Demokratie. Und nicht immer nur Bäder, Arme hoch, abwählen, fährlich, Feierabend. Also im Gegensatz zu Ihnen diskutieren wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in Ruhlsdorf und der Ruhlsdorfer Straße in nahezu jeder Sitzung des Ortsbeirats. Und natürlich zeigen wir auch Lösungen auf. Und wir schreiben keine Anträge, die am Ende des Tages den Bürgerinnen und Bürgern von Ruhlsdorf nichts bringen. Am 21.09.2022, da haben wir Teile der Petition, die in Ruhlsdorf gestartet wurde, herausgebrochen. Und haben das auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf denen wir uns in Ruhlsdorf und in der SVV einigen konnten. Das war ein durchgängiges Tempo 30 und eine Bedarfsampel an der Ecke Güterfelder Straße geeinigt. Und dass die Verwaltung alle möglichen Schritte dazu unternehmen muss, um dies zu prüfen und das herbeizuführen. So, daraufhin haben wir von unseren letzten Mitteln aus dem Ortsbeiratsbudget, haben wir noch eine Geschwindigkeitstafel angeschafft, haben die auch Anfang des Jahres aufgehangen, sammeln da seit sechs Monaten Daten, die wir monatlich jetzt von Herrn Völke kriegen und auswerten. Wir haben die Zusage vom LS, dass wir nach einem Jahr eine Verkehrszählung kriegen. Wenn dieser Antrag so durchgeht, haben die Bürger aus Ruhlsdorf das Gefühl, er kann es, braucht nur Schnipp machen, fällt keiner mehr durch Ruhlsdorf. Und das ist falsch. In sechs Monaten wird man feststellen, obwohl dieser Antrag doch durchgegangen ist und der Bürgermeister Schnipp gemacht hat, fahren die LKWs immer noch durch Ruhlsdorf. Und das ist maßgeblich eine enorme Unzufriedenheit. Und das fördert dieser Antrag. Und darum ist das ein schlechter Antrag und darum ist das Vorgehen vom Ruhlsdorfer Beirat gut und wir unterstützen das und bieten auch Hilfe an. Eine Ansicht, die sich am Ende durchsetzte, die große Lösung ist vorerst nicht in Sicht. Nach der Sommerpause liegt der Ball nun bei der SPD und dem Ortsbeirat, die angekündigt haben, dann den Antrag für die Erarbeitung eines LKW-Leitsystems vorzulegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017